Oh, das ist er! Endlich! Deutschland spielt und bei keinem Spiel darf er fehlen. Jogi Löw, also jetzt mal unter uns. Jogi Löw gehört zu meinen Top 3 Männern, die ich daten möchte. Auf Platz 2 Markus Lanz, auf Platz 3 Gerhard Schröder. Aber Jogi Löw, ich liebe ihn. Er hat immer so tolle, gut sitzende weiße Hemden an. Ich mag ältere Männer. Dieser Pony, dieser angestrengte Gesichtsausdruck. Oh mein Gott! Also, der ist ganz, ganz toll. Und ich finde auch, er ist der bestaussehendste Nationaltrainer. Und er wird auf jeden Fall die Deutschen richtig, richtig gut trainiert haben. Da bin ich mir sicher. Und deshalb werden wir auch Weltmeister.